Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video von Fortnite. MC Krüppelfinger ist wieder back in Business, meine Freunde. Und mittlerweile sind heute die beiden, die miterlebt haben, wie ich mir den Finger quasi fast abgetrennt habe. Willkommen, Jan, Dengis, was geht? Und Petret ist heute auch dabei, weil wir den vierten brauchten. Achso. Ah nein, 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 weil, weil, natürlich, weil wir von Anfang an geplant haben, mit dir zu spielen, Petret, ganz klar. Nee, weil ich euch carryen sollte. Ach ja, stimmt. Ganz vergessen, du bist ja der beste Spieler der Welt, hä? Nee, das habe ich nie gesagt, aber ich bin ein solider Mitspieler. Ein solider, ein solider, ein solider Killstealer bist du mehr nicht. Wir spielen heute den puren Goldmodus, meine Freunde. Heute sind wir im Goldrausch gemeinsam unterwegs und wir werden auf jeden Fall jetzt mal gucken, wie sich das Ding spielt. Ich habe bis jetzt schon zwei, drei Runden darin gespielt und muss ganz ehrlich sagen, ich finde es abgrundtief scheiße. Weil halt jeder mit einer Ska quasi One-Hit ist ohne Schild. Aber das ist ganz lustig, vor allen Dingen gehen die Runden relativ schnell vorbei. Wenn wir natürlich jetzt ja einen geilen Win rausholen, meine Freunde, wäre das extrem nice. Ja, ich glaube, wir könnten Tilted machen, oder, Petret? Können wir machen. Big Ben? Da geht auf jeden Fall die Party. Das Ding ist, Leute, es geht in diesem Modus keine Schrottflünden. Ich will, wo das hinführt, Alter. Es wird einfach nur, Junge, gleich nächster Finger von mir blutet wieder, ich sag's dir, Alter. Ja, ja, Petret wird gleich angestriegen, wenn Regen stirbt, Alter. Ich habe hier einen Löffel, ich habe hier einen Löffel liegen, ich habe hier einen Löffel liegen, Alter. Ich schwöre, ich ramme dir den Schädel, ist mir egal. Oh mein Gott, die Kisten sind ja auch golden. Ja, moin, er hat die Ska bekommen, oder was? Guten Sohn. Ja, ich bin down. Okay, Leute, lass mal rausgehen, lass mal einfach neu. Ja, kann direkt verlassen. Ja, geil. So, sollen wir jetzt mal eine Runde spielen, oder was? Also, ich meine, wir können jetzt mal anfangen, oder? Ich weiß auch gerade gar nicht, was, also... Goldene Ska, goldene Ska, goldene Ska bei mir, ich habe goldene Ska, Jungs. Goldene Ska am Anfang, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe noch eine goldene Ska, Jan, komm her. Ja, ja, wo bist du? Hier oben, aber ich habe leider keine Schüsse mehr für dich. Danke, Jungs. Nimm jetzt die Schei... Ja, Alter, Mann. Hey, Jungs, oh mein Gott, ich habe einen Hedgehop bekommen von irgendeinem Sniper. Ja, Bruder. Ich auch. Ja, nice. Ist er vom Berg, oder was? Ja, Jengis, zieht kurz hoch. Vom Berg, da, vom Berg, ich, vom Berg. Achso, vom Berg. Nimm es an der Ehre. Ab ihn. Nice. Hoh mal hoch, hoh mal hoch. Okay, lass mal rüber pushen, oder? Wom pushen? Ist runtergesprungen, ist runtergesprungen. Patrick, der ist jetzt vor dir. Der ist hinter der Mauer. Wo ist der Typ? Nice. Was? Was? Finde ich dir den Hupen sollen. Da kommt wer von rechts. Was er hat denn? Ja, der kommt. Ich denke, es zieh mal hoch. Zieh mal hoch, bitte. Ja, warte. Nein, nicht den, den anderen. Was denn jetzt? Nicht Petret hochziehen. Ohne Schild dran kannst du direkt einpacken, ne? Du kannst nichts machen, Alter. Da oben ist noch jemand. Wo ist der denn? Links von uns, oder wo? Ja, ja. Ja, ich habe keine Munition mehr. Hab einen Hatter bekommen. Habt ihr Raketen, Moni? Hab einen gehittet. Ja, zwei. Guckt euch mal um. Guckt euch mal um. Ja, danke. Da unten, da unten ist jemand. Der Typ pusht. Von vor uns, vor uns, vor uns. Ja, mit drei Chaps ist ja lächerlich. Ich brauch mal Schilde. Hab einen down, hab einen down. Da oben ist noch jemand. Der hat Full-Sheet. Nein, ist nochmal genockt. Wo ist der? Ist der oben down? Ist der oben down? Nee, der oben ist genockt. Unten rechts, unten rechts. Geht mal Petret hoch. Ja, ich habe einfach nur drei Chaps. Alles gut, alles gut, alles gut. Jenkins, kannst du den unten rechts aufpassen, dass der nicht pusht? Ey, wir müssen rüber. Jenkins, komm, lass rüber hier. Okay, komm. Da liegt ein großer Chuck. Der ist im Haus. Ja. Wo ist der? In dem Haus drin, oder wo? Irgendwo hier ist der noch. Der Jump-Hat benutzt? Irgendwer hat Jump-Hat, ja. Ich glaube, oben ist ein Jump-Hat. Oben am Berg, oben am Berg, oben am Berg. Hinter uns, hinter uns. Ja, oben am Berg wird noch geschossen. Lasst mal hier hochpushen, kommt. Hier vor uns, vor uns, vor uns. Hier in die Richtung, guck mal. Ja, ich komm. NW. Nimm seine Ehre. Der ist runter am Berg. Vor uns auch noch einer. Ich habe keine Muni. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. W, 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 W. Hab den gehittet, hab den gehittet. Der unten ist low. Der ist bei dem Haus, oder? Der hat durch den Boogie-Danks ripped. RIP. Wo ist der Typ? Digga, da links von dir. Wir sind so links in die Ecke. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Da vorne wird gebaut, da vorne wird gebaut. Warte, warte, warte. Nicht, 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 nicht. Ich habe Sniper, ich habe Sniper. Hab ihn da. Nice. Junge, Patrick. Ich sage noch nicht, Patrick schießt. Und natürlich trifft er nicht. Ich habe noch nicht geschossen. Nein, es war Patrick, Jenkins. Jetzt hör auf, Mann. Ich brauche einen Sündenbock. Mein Gott, Alter. Rechts von uns wurde geschossen. Es sind wirklich viele Leute am Leben. Wo? Rechts von uns irgendwo Richtung O hat jemand geschossen. Ich glaube auf offenem Feld, aber würde ich jetzt sehen. Da oben auf dem Berg bei N. Komplettes Team? Ja. Hab ihn. Nice. Pushen von rechts, ne? Von links, von links auch. Von NW, NW. Boah, ich werde sterben. Von NW, Jungs, von NW. Ist alle im Haus drin, alle bei mir. Oh, hat die in den Lack, Alter. Das eine, Toschi. Ich komme, ich komme, ich komme. Ah, ist mir zu heikel hier. Die ist hier drin, Jenkins. Direkt vor uns. Da, da, da. Down? Nee, kein, nein. Okay, ist down. Okay, wo ist der Rest? Sind da noch welche oben am Berg, links? Oh, nee, 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 warte. Ja, doch, könnte sein. Ah, da, der Baum. Da unten, 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 unterhalb von euch. Unterhalb von euch. Der kommt jetzt gleich hoch zu euch. Oh mein Gott. Oh. Da sind zwei Leute. Da kommt, Jengis, der kommt, der kommt. Warte. Ich sehe, ich sehe. Ich sehe sein, Matt is down. Jengis, über dir, über dir. Da ist noch jemand? Ja, ja. Fuck. Revi, du musst. Hey, was hat der gemacht? Er bei mir auch. Hier, bei mir ist er. Ah, der will mich wecken. Ah, Zone bums mich. Hilfe! So, ich versuche euch zu retten. Ja, schaffst du nicht mehr. Schaffst du gar nichts mehr. Gar keinen mehr von beiden? Nee, nee, schaffst du nicht. Doch, Jengis. Nein, 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 nein. Nee, schaffst du nicht, schaffst du nicht. Scheiß, Alter. Alter, bin ich zufrieden. Du wirst am Bauch sterben. Nein, safe nicht. Und ciao, Kakao. Ja, keine Chance gehabt, Alter. Ja, versuchen wir das nochmal. Mal, Jungs, auf geht's. Jo, ich kriege hier sofort Hits ab. Wer will einen Chill-Trank? Nee, mir ist einer. Ey, was ist denn das? Hab ihr down, hab ihr down? Habt ihr noch irgendwie Medi-Kids oder sowas für mich? Medi-Kids? Chuck, Chuck, Jar. Alter, wie ich den Typen da oben ausgetrickst habe. Jengis, was ist eigentlich dein Problem, Mann? Jengis, hallo? Jengis, beruhig dich nochmal. Jengis! Ja, sollen wir mal nach Retail Row pushen? Haben wir alle eine goldene Ska? Unterhalb, unterhalb, unterhalb. Digga, sag doch einfach mal Koordinaten. Nimm mal dieses Links-Rechs, Digga. Ich hasse das. Ja, Junge, das sind normale Begriffe der deutschen Sprache. Was willst du, Alter? Da läuft er auch was. Da vorne. Hatten wir, Digga. Nice, was down. Da vorne wird noch gebaut. Rechts am grauen Haus am Fenster. Okay, down. Bei 205 das graue Haus am Fenster. Ab innen noch? Ja, da sind richtig viele. Ich mach Munition halt, Jungs. Ich hab keine Munition mehr. Petra ist links aus dem Haus bei dir. Alter, wie viele Leute sind da? Nein, nein, die kämpfen auch gegeneinander. Die kämpfen auch gegeneinander. Alter, was geht hier ab? Was ist für eine Musik? Digga. Was geht nicht hier ab, Digga? Wir sind ins Haus gegangen. Falle? In der Falle direkt. Ist die jetzt tot oder was mit denen? Die sind alle drei tot. Nein, hier ist noch einer. Hab ihn. Jan, komm her. Ey, was ist da? Ah, hier, hier, hier. Mann, was ist das? Petra, Alter, dein Scheiß-Headset, Alter. Hör mal auf damit, du Hund. Das hört sich an, als würde im Hintergrund jemand beatmet werden bei dir. Ja, hinten war die Waschmaschine. Ja, dann bist du dumm oder so. Mach das doch aus, Alter. Wie denn? Ja, indem du einfach hingehst und die Waschmaschine aussteckst. Sagt der, wie denn? Was ist hier los, Alter? Ich hasse euch alle so sehr. Kommt mal mit nach Gelb, nach Gelb. Wir müssen das die Depot gehen, Finkzone. Oh, hinter uns. Was jetzt? Echt? Wirklich, Cengiz? Ja. Wo denn? Nirgends. Äh. Ah. Hier, 48, Revi, snipe mal. Wo? Da hinten, der. Eine Person ist das. Mach jetzt der sein Igel, das schon. Ach da, Arsch der Welt, Digga. Krank, Alter. Nichts hab getroffen. Links, links. FNW sind Gegner, bauen sich hoch. Ich weiß nicht, ob das ein Jumphead ist. Ja, es ist ein Jumphead. Der fliegt, der fliegt. Seht ihr den? Wo? Seht ihr es? Ja, ja, ich sehe. Okay, mal den. Ich habe ihn gehittet. Ich habe ihn gehittet hinten auf der Treppe, den. Boah, ich hab halt... Was? Leute, er ist einfach verschwunden. Hä? What? Petra, was machst du da unten? Nice. Nice. Wir bleiben hier oben, Petra, wir haben das hier. Keine Sorgen. Nein, nein, nein. Komm mal, ich gucke mal hier. Hey, das ist am Rand der Zone, Alter. Das ist saudumm. Ja, stimmt. Nee, komm zurück. Ja, lass zurückkommen. Okay, hab ihn. Noch einen Down. Lootjob ist auch noch da. Alle da, alle down. Nein, Mann, da sind noch richtig viele. Ja, ich will Loot haben von denen. Kommt. Ich will Raketen-Launch. Nein, nein. Lass Lootjob holen. Der ist in der Zone. Da, links von uns, links von uns. Sag mal, als ob kein Schuss trifft. Links an diesem Haus, meinst du, Cengiz, ne? Ja, genau. Noch einen Down. Warte. Noch einen Down. Ah, bin gehittet. Fuck. Kann mich da hochziehen? Warte, 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 Cengiz. Ja, okay. Noch einen Down. Ja, ich hab neun Kills. Aber, ich hab Lagerfeuer. Ey, ich brauch echt einen Raketenwerfer. Oh, hier ist ein Raketenwerfer. Liegt da noch was bei dir? Hab einen Down von den Cengiz. Nice, nice, nice. Warte. Könnt ihr Cengiz kurz helfen? Ich komm mit Jump-Head für euch, okay? Nice. Hab beide Down, hab beide Down, Cengiz. Nice. Komm, Jan, komm hoch. Unser Win, das ist unser Win, Jungs. Das ist unser Win, Alter. Hast du Medi-Pack, Cengiz? Ich hab ein Medi-Pack für dich, aber das ist meins. Aber ich geb das dir jetzt, das ist dir. Wir haben gehandelt, alles cool. Wir brauchen Healing, Leute. Komm, ja, da unten liegt, da unten liegt. Komm, ich komm mal. Ja, ich brauch noch Schild, Alter. Da baut jemand, Rebi, vor dir, vor dir. Siehst du? Ja, da ganz hinten. Nimm mal das Medi-Pack. Wo baut denn der Typ? Wo baut denn der Typ? Da, ich seh's jetzt grad nicht. Riesige Turm baut der. Oh, Loot Lake, mittlere Loot Lake. Sind das die Letzten, oder? Die Letzten sind NW, Loot Lake und W. Ja, ja, wir bauen jetzt hier einfach einen Tower. Das ist das Schlaueste, was wir machen können. Oh, die haben eine Mega-Festung gebaut. Ja, sollen die, Alter. Die sind eh nicht in der Saison. Das ist voll dumm, was die machen. Ja, dann lass uns hier eine... Ja, genau. Mann, was bauen die da, Alter? Baut mal von hinten zu, dass wir nicht gepusht werden können. Stopp, stopp, stopp. Die bauen da nach wie vor immer noch. Ja, sind die dumm. Die sind nicht in der Zone. Guckt das nicht auf Fenster oder sowas. Ja, die pieken immer am Fenster und sowas. Müsst ihr aufpassen. Die von links wollen rüber. Oh, die bauen sich Jump-Heads. Zu uns? Ja, ja. Okay, Jan, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Ja, die kommen gerade rüber. Hat Hits. Der hat auf dem Jump-Heads Hits. Nice, nice, nice. Nicht die vergessen. Hab ihn, hab ihn da. Nice, nice, nice. Okay, von rechts in die Letzten. Oh, die sind jetzt oben. Da, da, da. Achso, nee. Geh, wir fahren nur Kandidaten, please. Die hat in dem Haus. Die rennen jetzt. Oh, der snark, vorsicht. Bleibt einfach in Deckung, der kommt jetzt. Komm raus. Wir haben auch Jump-Heads. Die Jump-Heads. Hab paar Hits. Der ist bei mir. Einer unten links, einer unten links. Ja. Hab einen. Nice, nice, nice. Hab ihn. Nice. Okay, wo ist der Letzte? Hey, wo ist der Letzte? Wir haben noch zwei Leben, noch zwei Leben. Zwei Leben noch. Da hast du Drop direkt vor unserer Nase. Lass den noch holen. Ne, 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 warum? Warum? Ich hab kaum noch Muni, ne? Scheiß drauf, lass gucken, was sonn ist. Was brauchst du, Cengiz? Ich hab AR Muni. AR? Komm her, warte, ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir. Nimm. 200. Hey, wo hängen die denn, Alter? Ja, ne? Wo sind die, Mann? Petrit, einfach elf Kills, Alter, was geht? Nice. Die haben Loot Drop geöffnet, die haben Loot Drop geöffnet. Ja. Ich hab den geöffnet. Wo seid ihr das? Ja, wir machen die Bäume gerade kaputt. Ne, ne. Ey, wo ist der? Oh, ich bin tot. Lol. Wo genau? Ich weiß nicht. Oh, der ist bei mir, bei den beiden Tower, da hinten bei N. Ja, ich werde sterben. Ist egal, ist nicht schlimm. Ja, genau da, genau da, wo die Kugel geflogen ist. Genau da, der ist tot. Ah, da. Ja, genau da. Nimm seine Ehre. Nice. Okay, könnt ihr mich retten, wäre richtig awesome. Wo ist denn der letzte? Habt ihr den gesehen? Ich seh den. Wo denn? Wo denn? Oh, den Busch, äh, Richtung Süden baut er. Ah, da, ich seh ihn. Der ist dahinter. Push den einfach, push den einfach, push den einfach. Ich bin dabei. Genau, Rebi, mach. So, Jack ist, du schießt drauf, der anderen push den. Heiß down. Nice one. Sehr gut, Jungs. Sehr schönes Game, Alter. Wie sieht's mit Kills aus? Ja, Patrick, stabile Runde von dir. Durchschnittlich von mir. Leute, das war's von der wunderschönen Runde von Only Gold Challenge. Extrem schwer, nur mit Gold zu gewinnen. Heftiger Spielmodus auf jeden Fall. Großen Applaus für Epic Games an dieser Stelle. Nein, es hat echt Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, ich finde normal besser. Juckt ja auch nicht. Lasst auf jeden Fall 400 Daumen nach, tausender Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Schaut bei den anderen vorbei. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Mein Kollege war bei mir in der Runde. Bis zum nächsten Mal.